Morgens 4 Uhr und es ist die beste Zeit, um an der Yama loszulegen auf Lachse. Also raus mit den Routen und gucken, was hier so geht. Es soll hier ein bisschen was reinballern auf einem der in den letzten Wochen wichtigsten Köder, Sotori 22. Und ich bin heute mit ein bisschen dickerem Setup unterwegs, in der Hoffnung auf richtig dicke Brocken. Also Sonnenaufgang hier an der Yama und ich bin mega gespannt, was hier heute reingeht. Olive, der alte Bänger, der stand hier und meine Alten, du hattest doch mal hier in der Mitte geangelt und es lief. Und da hatte ich doch mal geguckt und probiert und gemacht und dann hat er hier rausgezogen. Und zwar, ne, nicht die olle Quappe, sondern den japanischen Saibling. Alter, als Trophy ist das der Hammer und irgendwo hier wieder reingegangen sein. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie, wie ist die Führung auf Jig, auf Durchleiern, auf Stop and Go. Das heißt, jetzt geht es ans Testen und zusätzlich natürlich auch gucken, wo hinwerfen und wie weit werfen. Also im Großen und Ganzen bin ich heute ein bisschen dicker unterwegs als sonst. Das heißt, hier können gerne auch mal ein bisschen größere Brocken reingehen. Ich bin jetzt heute mit 15 Kilo unterwegs und alleine die Silberlachse, muss ich sagen, die schmecken mir schon sehr. Die nehme ich doch sehr, sehr, sehr gerne mit. Zack, also Silberlachs an einem Spot ist immer ein gutes Zeichen, einfach für gutes Silber. So simpel ist es mit dem Silberlachs. Der bringt ganz gut Cash. Deswegen nehmen wir den. Also Silberlachs, zack, und Rotlachs. Das sind die beiden Kandidaten. Die hätte ich am liebsten hier. Natürlich auch in großer Menge. Ich nehme aber auch einen Saibling mit hier, den japanischen. Alter, das wäre natürlich richtig der Hammer. Ja, das Ding mal richtig schön in groß. Sensationell. Ja, wie gesagt, ködertechnisch hier mit einem der wohl wichtigsten Köder der letzten zwei Wochen, würde ich fast sagen. Sotori 22 Kupferfarben. Also, naja, so der, was ist das von der Nummer? Ich glaube, das ist der 9er. Wir gucken gleich nochmal eben rein. 009. Was haben wir hier? Rotlachs geht auch drauf. Na, guck mal an. 1,5 Kilo Rotlachs. Alleine bisher, ne? Richtig, richtig gut. Von der Entfernung noch nicht mal so richtig weit draußen. Also, ich werfe nicht mal so ganz weit. Und schon wieder bis. Perfekt. Kann man machen. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Heißt also, ich bleibe so ungefähr in dieser Richtung jetzt hier. Und bis 5,5 aufgeladen. Locker rausgeworfen. Das sind circa, ich würde sagen, 30 Meter so ungefähr weit raus. Und bisher ist es Stop and Go. Also, Tempo 50 mit Shift. Beziehungsweise so eine Art Jig. Ein, zweimal kurbeln, treiben lassen, wegtreiben lassen, den Köder wieder ein bisschen ziehen. Und da kommt der Biss. Jawohl. Also, so ein bisschen dieses Intervall, was an Jig ungefähr erinnert, aber eben doch deutlich langsamer ist als Jig. Und auch nicht unbedingt diese Jig-Führung haben muss. Also, hier unten muss nicht Jig stehen. Guck, schon bis. Sondern, was wohl immer wieder gut triggert ist, diese lange Pause. Also, den Köder hochziehen, den Blinker, dann ruhig lassen. Er trudelt nach unten. Und dann liegen lassen. Vielleicht rutscht er dann noch ein bisschen über den Grund. Und dann kommen quasi die Einschläge von den Lachsen oder beim Runtertudeln auch durchaus möglich, dass die dann beim Abstürzen quasi dann schon getriggert werden. Der Lachs kommt angeschwommen, schießt da hin, beißt dann zu. Also, immer so ein bisschen auch diese Pausen lassen. Also, dieses ganz langsame Jiggen klappt immer wieder gut. Es gibt aber auch Phasen, wo man einfach durchleiert. Von daher muss man das immer wieder testen. Also, nicht nur verschiedene Köder, Formen, Farben, sondern eben auch diese Führung. Häufig ist auch einfach dieses so Durchleiern. Ich sag mal jetzt hier so auf Tempo 17 bis 20 so herum oder 25. Irgendwie so in dem Bereich. Das ist auch mal funktioniert. Von daher muss man das auch immer mal wieder testen. Also, auswerfen und einfach durchleiern. Ob das eben jetzt mit der Strömung ist, seitlich oder gegen die Strömung gleich. Ja, je nachdem, was dann halt am ehesten funktioniert. Aber das gehört natürlich auch getestet. Na guck, scheint auch zu gehen. Und liefert auch den Silberlachs. Ich werfe mal jetzt gerade nicht ganz so weit aus. Halt. Und jetzt ziehen wir nochmal hier vorne so ein bisschen. Vielleicht kriegen wir die ja sogar, wenn die hier im Nahbereich immer reingehen. Vielleicht kriegen wir die ja nochmal ein bisschen gezielter angeworfen. Ich werfe nochmal so ein bisschen mehr. So rüber. Und jetzt gucken. Oder auch nochmal hier so ein bisschen mehr in die Richtung. Der zieht ja jetzt so eine Kurve. Und ob ich da jetzt gleich durch einen Spot irgendwie durchkomme oder nicht, ist halt jetzt die Frage. Ob dann da in der Area die Silberlachse sind. Und das wäre natürlich richtig nice. Das Schöne ist, wenn man hier mit der Stationärrolle ist und man hat eine Stelle und kann die immer wieder ausfindig machen beim Auswerfen. Man könnte auch mit der Stationärrolle natürlich einen Schnurclip setzen und dann sagen, okay, ich werfe jetzt immer auf 17 Meter, weil nach fünfmal Kurbeln auf 17 Meter geklippt, habe ich immer einen Silberlachs. So ungefähr. Aber das wechselt natürlich auch. Also ich mache in der Regel hier keinen Clip. Werfe einfach raus. Ich merke mir, wie weit ich auflade. Wenn da was reingegangen ist, werfe ich halt wieder dahin. Lad genauso weit auf. Wenn da nichts reingegangen ist, lade ich einfach mal ein bisschen weiter auf oder ein bisschen weniger. Im Moment ist es halb aufgeladen und dann da vorne hin. Ich orientiere mich auch immer am Rand an den Büschen. Das heißt, irgendwo da vorne, jetzt von der Routenspitze her, in diesem Bereich, da will ich hinwerfen. Auf halb aufgeladen. Scheint doch ganz gut zu gehen. Hier ein Silberlachs nach dem anderen. Sensationell. Das bringt richtig Cash. 2,9 Kilo, 2 Kilo, 1,5 Kilo. Schmeckt. Kann gerne so weitergehen. Bis hin zur Trophy nehme ich auch gerne mit. Das ist doch richtig, richtig nice. Ja. Ganz wichtig, wie gesagt, Uhrzeiten. Früh da sein. Am besten 2 Uhr, 3 Uhr in der Nacht. Schon mal hinreisen. Spot raussuchen. Hin marschieren. Pünktlich um 4 Uhr am Spot sein. Richtig früh morgens können auch mal ganz gerne diese seltenen reingehen. Sowas wie ein Schereshniv-Saibling oder sowas. Die sind auch gerne mal früh morgens oder in den Abendstunden mal aktiver. Da ballern die auch gerne mal mit rein. Von daher immer früh da sein und direkt ausprobieren. Und weil ja die Zeit so knapp ist hier, deswegen natürlich auch die maximale Zeit nutzen. Also wir haben 4 Uhr morgens bis ungefähr 23 Uhr. Und danach ist hier dunkel. Und danach ist dann auch Sense. Dann kann man sich hier vielleicht noch auf Grund mit denen, auf die Quappen kann man sich hier hinstellen. Oder natürlich dann nachts jetzt hier auch mit den Posen das natürlich auch noch ein bisschen probieren. Aber so richtig effektiv, so richtig effektiv ist es eigentlich nicht. Also dadurch am ehesten dann die Zeit nutzen und die Nacht dann einfach ein bisschen schüllen oder was anderes machen. Oder wie gesagt auf Quappe gehen. So, gleich werfe ich aber nochmal ein bisschen weiter aus. Das zweite Mal jetzt kein Biss auf der Entfernung. Also mal maximal raus bis da ganz hinten hin. Und jetzt wieder locker durchleiern. Vielleicht mal mit der Strömung ein bisschen schneller. Gucken wir mal, ob da was geht. So, oder auch einfach gleich auch wieder auf Stop and Go. In der Zwischenzeit gucken wir nochmal kurz rein in das Setup. Ach, okay. Erstmal in den Kescher. So. Kescher sieht schon mal gut aus. Neun Minuten, zwölf Fische. Bestens. Zwei davon, einer davon, drei davon unmaßig. Also drei unmaßige. Aber das passt. Zwei Keters dabei. Ja, für Kaffeeauftragsgröße auch noch geeignet. Passt also auch noch. Und die Silberlachse, die bringen natürlich auch richtig gut Cash. So kann das weitergehen. Vom Setup her bin ich jetzt heute hier mit Fluorocarbon natürlich in 15 Kilo unterwegs. 6,35 Zentimeter Länge, das Vorfach. Nicht ganz so lang diesmal gewählt. Und hier jetzt vom Weihnachtsmarkt noch 500 Meter, 15 Kilo geflochtene Schnur. Richtig schön dünn. Das heißt, wir kriegen die gesamten 500 Meter und noch mehr auf die Wenger. Ja, 700 Meter würden hier auf die Wenger jetzt passen. Wenn man hier mit vergleichbarem Setup unterwegs ist, geht dann natürlich, oder mit einer anderen Rolle, geht dann natürlich vielleicht nicht ganz so viel raus. Aber die Schnur ist schon ganz praktisch, weil man eben hier einfach mal 500 Meter drauf hat. Ja, und das ist natürlich jetzt hier gerade wichtig. Da ist er, der Köder mit dem Spinnennetz drauf. Den wollen wir hier haben. Also der Sutori 22009, wie gerade schon gesagt. Hier jetzt in Kombination mit einem deutlich besseren Haken. Etalon, Trebe, Hashtag oder 1-0, der 1-0er. Durchaus auch möglich, hier noch größer reinzugehen. Der Olive meinte, er war mit seiner Saiblingstrophy mit einem 2-0er-Haken hier dran. Kann man auch durchaus machen. Wobei ich mir da vorstelle, wenn ich jetzt hier die Silberlachse sehe, dass das dann schon ein bisschen eng wird. Also, von den Größen der Fischerhalter her könnte es langsam eng werden. So ein japanischer Saibling mit 10 Kilo plus, dem ist das wahrscheinlich wurscht. Aber so ein Silberlachs oder so ein Rotlachs, die sind ja dann doch deutlich kleiner. Für die wird das bestimmt, ja, sehr, sehr grenzwertig. Also, jetzt hier nochmal ein bisschen durchziehen auf Stop and Go. Tempo 5, da siehste, sofort bis. Tempo 50 und Shift. Dreimal Kurbeln, Pause lassen und so weiter und so weiter. Und dann gucken, was hier noch alles reingeht. Und ich nehme einfach alles mit. Ich teste aber auch jetzt, wie gesagt, verschiedene Entfernungen. Im Großen und Ganzen ist das so schon richtig, richtig nice und klappt auch sehr gut. Wenn du diesen Köder nicht hast, wenn du was anderes testen möchtest, auch natürlich immer eine sehr, sehr gute Idee. Testen ist immer das A und O. Wenn wir jetzt hier natürlich davon ausgehen, dass der Köder gut funktioniert, und das tut er ja, können wir hier natürlich jetzt was Vergleichbares nehmen. Zum einen, wie gesagt, von der Form vergleichbar, zum anderen von der Farbe vergleichbar. Und dann raus damit und auch diesen anderen Köder dann testen. Durchaus möglich, dass es da eben auch noch andere ähnliche Köder gibt, die dann mit ähnlicher Optik auch noch richtig gut funktionieren. Und dadurch dann vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Fische triggern. Also durchaus möglich, dass dann eben auch noch was anderes funktioniert. Oder natürlich auch einfach mal gänzlich was anderes nehmen. So was allgemein gut Laufendes wie den Zander-Kunstköder kann man natürlich auch immer mal wieder testen. Oder sich hier einfach mit Ultralight zum Beispiel hinstellen und dann hier mit den feinen kleinen Spinnern durchgehen. Auch das kann bestimmt richtig gut gehen. Gerade für Silberlachs und Rotlachs läuft das doch. So, jetzt aber weitermachen und hier rausziehen. Ich würde sagen, zieht ihr mal raus hier die Brocken. Vielleicht geht bei euch auch noch was rein. Ich teste jetzt hier entspannt weiter und mache jetzt hier schön die Tasche voll bis abends 23 Uhr. Und dann, jawohl, weiter geht's. Geht vielleicht sogar noch eine Trophy hier rein. Wäre natürlich mega nice, wenn hier was Passendes noch reingeht, was mir noch fehlt. Petri Lömmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es da immer ab 19 Uhr Russian Fishing 4. Petri. !